Wir machen heute wieder eine Alibird, aber allerdings ist es ziemlich kalt draußen. Ich glaube Minus 3 kalt oder sowas. Auf jeden Fall gibt es auch nicht wirklich viel zu sehen. Ein paar Runde 1er, eine Menge Schütz. 112er, ab und anfechten 437er und hinten schütten 441er. Schütten 641er. Also nicht wirklich viel. Sowohl der Norden als auch der Süden haben wir auch nicht viel zu bieten. Der Süden ist leer, immer noch. Und im Norden ein paar R465, Schütz 1, also Schütz 21 und noch ein paar weitere. Schütz 21. Schütz 21. Schütz 21. Und da stehen vorne noch ein paar. Ein paar in der Figi-Balden, aber sonst gibt es nicht viel zu sehen. Schütz 21. Schütz 21. Schütz 21. Schütz 21.